Seit 25 Jahren häusliche Krankenpflege durch die Diakonie Sozialstation. Mit ausgebildeten und engagierten Fachkräften möchten wir es Ihnen ermöglichen, auch im fortgeschrittenen Alter Ihr Leben in vertrauter Umgebung wie gewohnt weiterzuführen. Unsere Mitarbeiter der Diakonie Station Neuruppin helfen Ihnen dabei, unter anderem mit ambulanter Pflege oder mit der Hilfe im Haushalt. Wir sind stets bemüht, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Gerne beraten wir Sie und Ihre Angehörigen. 24 Stunden täglich sind wir für Sie da, in Neuruppin, Linde und Umgebung. Untertitelung des ZDF, 2020